ja und willkommen zurück zu darksiders 2 arghuls grab weiter geht's wir haben die laterne endlich gefunden und müssen sie zu unserem oba zurückbringen ich weiß aber noch nicht wie okay ich würde mal sagen ja blöd 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 kriegen wieder jetzt dadurch die stämme als erst mal her was haben wir denn da schönes nicht muss ich jetzt da noch mal zurück ja schön ich kann da ein portal machen und dann komme ich da noch nicht mal durch okay wir haben das auf jeden fall schon mal aufgemacht gehabt da kommen wir auch nicht weiter also müssen wir hier oben irgendwo rum aber wie hier haben wir die laterne her wie komme ich jetzt hier wieder raus so jetzt und das finde ich heiße hier ach guten morgen gut das weiß ich aber immer noch nicht wie ich da oben rein komme denn immerhin haben wir das problem dass ich da nicht rauf komme oder vielleicht doch moment vielleicht ja doch ach man ich glaube ich glaube ich habe jetzt hier gerade da nehmen wir das ding ich glaube das geht ein bisschen besser nimm uns mal ein kleines hilfsmittelchen so jetzt hier rauf wieso ist es wieder weg will ich mich veräbbeln sonst halten die dinger doch immer ewig so sehr schön sehr schön sehr schön sehr schön sehr schön gut somit überspringen wir jetzt hier den oberen teil dann müssten wir uns jetzt eigentlich hier drauf stellen können aber einen seelenteiler können wir noch nicht benutzen ähm ähm hm ja ich komme da nicht hin also wir haben jetzt hier ein portal wenn ich jetzt hier noch mal eins mache mich da noch mal drauf stelle da hinten eins mache dann pfeift es mir erst mal wieder so dermaßen da hinten raus genau gut wenn ich jetzt die laterne mal mitnehmen hierher hier abstelle dann hier rauf naja wieder falsch hier rauf hier mal mehr drauf nehmen ok wir können gleich mit der direkt hier durch sprengen ja das ist natürlich auch eine feine art und weise hier wird das ganze wieso ist das so dunkel hier grafikfehler das gefällt mir jetzt gerade gar nicht ähm absetzen bitte so und dann die tür aufmachen wieder aufnehmen wieder aufnehmen da oben müsste irgendwo unser opa stehen wahrscheinlich renne ich jetzt wieder tierisch zweit ähm ne doch was jetzt ja nein vielleicht super ich habe den weg hier aufgefunden den ich eigentlich noch gar nicht finden wollte man ich sollte vielleicht dem vogel ab und zu mal folgen das wäre eventuell ein bisschen hilfreicher gut für mich hin sag mal an jetzt nehme ich hier nochmal die laterne mit ja was jetzt hoch runter links rechts wann sie nach was du finden kannst schon du blöder vogel sag an wohin hier runter hier war ich doch gerade soll nicht funktionieren die waren das konnte ich nicht wie ging denn das nein irgendwie konnte man das zeug doch schleudern da oben ist der typ mit seiner laterne wie kriege ich jetzt dahin ich weiß kein mensch oder wie kriege ich das ding jetzt zur laterne wie kriegen wir das dahin fragen über fragen fragen über fragen ich lasse echt nach bei solchen spielen schlimm 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 wenn wir nochmal einmal außenrum vielleicht kommen wir da mal ich bin blöd ich bin blau blöd heute bin ich irgendwie nicht so fit bei nand so komm her du blöde laterne dann hier absetzen hier rauf dann hier rüber absetzen aufmachen aufnehmen aber ich glaube da waren wir doch gerade was soll die scheiße gott hier nach gott hier nach gott hier bin ich bin ich jetzt so beschränkt ich weiß gerade überhaupt nicht mehr wo wir sind jetzt mal woanders wo müssen wir denn hin darüber das heißt wir müssen schon hier durch gut dann waren wir schon auf dem richtigen weg aber wie kriege ich das blöde ach man ich bin ein hirn ich bin so blöd ich bin was ist denn heute los mit mir ich brauche mir doch als einig lustig drauf stehen die lampe dahin stellen dann hier rüber gehen das ding schnappen und tada schon haben wir es stelle ich mich denn dann so an das kann doch nicht angehen gut dann haben wir jetzt hier das portal einmal hier dann irgendwo hat es jetzt drehen wir den erst mal einmal hierüber und noch mal dann suchen wir den zweiten teil dann müsste doch das portal dahinten sein genau so treffe ich das auch irgendwie von hier aus nein warum treffe ich das jetzt von hier aus nicht willst mich jetzt ärgern es muss doch nicht sein man 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 ja gut von morgen liebe sorgen na also warum muss mich warum muss ich mich immer erst anstellen kann der matt jemand sagen gehört auf geht's ach man das ist wieder so mit links rechts links rechts wo fange ich denn an fangen wir mal hier an und sap und sap und sap und sap jawoll ja hier hoch hoch ach hier geht's okay da hinten hat sich eine truhe versteckt und da ist auch schon der schlüssel um den wir erstmal schön kämpfen dürfen ach mit dem dürfen wir danach kämpfen gott her mit damit skillet schlüssel dann würde ich mal sagen nachdem das nach einem dicken fight aussieht kümmern wir uns in der nächsten folge drum rum bis dann dann